ja heute in unser das wiederkommen zu einer Runde Bad Wars auf GOMA D.net und ich bin eigentlich mal so in einer Runde reingejoint, wir spielen jetzt mit Zimepo Rush, ganz klassisch und da kann dann schon Timo Roth verlassen, ist das schon ein ein Zeichen für den Sieg, wer weiß so nachgejoint ist sicher man der Pixel-Ass-Kicker und Nix2 ist auch nachgejoint und PJNG kann ich auch, wir sind alle nachgejoint gerade, auf jeden Fall geil von euch, falls ihr in der Runde wart und falls ihr euch gesehen habt, ähm oder, ja, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar darunter und ich schreibe es dir auch schnell nehmt mich auf so, ok ich denke zumindest 2-3 Leute werden es wissen ähm, und werden mich vielleicht kennen darin, gut also, ich würde sagen, im Bett kann man so minimal einbauen auf Rush, auf Rush wascht man eigentlich direkt durch hier eins und sehr schön, wenn man mal siegen würde dann auch so, ich mach mir direkt mal ne Kiste jetzt wichtig ist, dass man das Bett gut einbaut am Anfang so, da ist ein Pixel-Wolf-01 und Pixel-Wolf-05 drin ich finde es mal ganz komisch, wenn zwei Leute in der gleichen Runde drin sind die, äh, ganz komische Namen haben, äh, ganz komisch, fast die gleichen Namen haben und, ja, und, ja, und, ich wollte heute über ein Thema reden, aber ich hab sie zu vergessen das passiert mir immer öfters in letzter Zeit, ich will über ein Thema reden und weiß nicht mehr über welches aber ich weiß auch nicht warum ja, und ich lol lol ok fail 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 auf jeden Fall, erst mal gut äh, über was soll ich reden, ich hab keine Ahnung mehr irgendwie über vielleicht kommt es während der Runde in den Sinn ich weiß es ja nicht ich weiß es echt nicht ansonsten werde ich es an, konzentrieren wir uns auf die Runde und wann mal ein zweites Versuch jetzt vielleicht ohne zu fehlen wäre ja noch, äh, schön weil wir müssen zur Mitte ich denke mal, ah ne, es gibt ja keine Mitte auf dieses Map äh, he, he, he ja, Mundi, überleg, überleg besser, dann noch mehr gut ich weiß nicht wie lang die Runde wird aber unabhängig davon, ob sie lang oder nicht lang wird, werde ich sie nehmen, weil ich möchte, ähm echt mal so alle Badwars-Maps, die sich dann durchspielen denn so wie ich es in Erinnerung habe gibt's Maps, die kommen mir echt nur ganz, ganz selten dran und ich weiss gar nicht, ob man die überhaupt ohne Youtube rankriegen würde ganz gemein, wenn man halt eine Map forschen würde oder so aber, na gut okay, so wie's aussieht, haben die anderen, äh, sich bisher noch nicht drüber gebaut ich weiss nicht, ob das jetzt eine eisige Runde wird für uns wäre natürlich geil, aber ich hoffe, die anderen bauen sich jetzt mal rüber, deshalb nehme ich jetzt den Spitzhack einfach mit um mein Ziel, das ist ja wie immer das Bett zu zerstören ähm, ja ich weiss nicht, ich hatte so ein wichtiges Thema, das ich eigentlich unbedingt ansprechen wollte aber ich hab's echt vergessen ich hab's einfach vergessen oh man tun wir jetzt ein Leute aber ich wollte mal ich wollte über nichts reden ich weiss echt über was ich reden wollte okay Leute, das wird einfach der ganz normalen Folge Badwars nix spezielles nix spezielles oh, das wird schon weg okay, den hab ich auch runtergeschmissen hab ihn sozusagen gehittet okay, einer lebt noch und der Sohn okay, wir haben gleich gewonnen, ne hä, wo ist der? ja, GG GG geile Wunder auf jeden Fall wie lang gehen die jetzt die in 3 Minuten 3 Minuten 49 auf jeden Fall mit der Aufnahme jup der andere schreift die Idioten okay ich hab ihn gerne Röst ist das ein Schweizer Ritter oder wie? lol okay gut, wie wir euch sagen Leute ich verabschiede mich von einer ganz kleinen Runde, ähm Bedros und Fertur mhm nehmen wir gleich mal einen auf und ja, das würde ich euch auch sagen Leute macht's gut, lasst den auch guten Abo da und dann sehen wir uns das das war wieder, bis dann bye bye